DAX-Trading 17.09.2019 Tagesgewinn, 1.100 Euro Autor deseltsamek kennt sie YouTube. Heute ist Dienstag der 17. September 2019 und jetzt ist es 9.07 Uhr und der DAX steht auf 12.367 Punkte. Ich gehe jetzt erstmal von einer Reduzierung aus und mache ein Leerverkauf über 12.367 Punkte. Jetzt ist es 9.14 Uhr und der DAX ist gefallen auf 12.349 Punkte. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 18 DAX-Punkten mit. Jetzt ist es 9.15 Uhr und der DAX hat gedreht. Ich kaufe jetzt einen neuen DAX für 12.346 Punkte. Jetzt ist es 9.23 Uhr und der DAX ist gestiegen auf 12.392 Punkte. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn von 46 DAX-Punkten mit. Jetzt um 9.24 Uhr hat der DAX erneut gedreht und ich mache einen Leerverkauf für 12.386 Punkte. Nun haben wir es 10.01 Uhr und der DAX ist tatsächlich gefallen auf 12.360 Punkte. Ich stelle glatt und nehme den Gewinn vor 26 DAX-Punkten mit. Damit möchte ich für heute Schluss machen. Ein DAX hat heute einen Wert von etwa 12.36 Euro. Ich habe heute gewonnen. 18 DAX-Punkte plus 46 DAX-Punkte plus 26 DAX-Punkte. Macht insgesamt 90 DAX-Punkten. Also ein Gewinn von etwa 1.100 Euro. Ein DAX-Punkte plus 27 DAX-Punkte. Vielen Dank.